hallo und herzlich willkommen hier auf dem kanal perna gaming und heute schauen wir uns ganz kurz den e1 im tram sim an link dazu gibt es unten wieder beschreibung und wir stehen einfach aus wir können nämlich da einfach klick und dann werden hier einfach die tür geöffnet so und dann kann aber auch hier so nah wie doch zu machen wieder öffnen und so weiter jetzt bin ich auch im betriebsbahnhof hier habe ich dann mal macht wir uns den manche mal kurz ein bisschen anschauen bei allen die dann vielleicht das video schon gesehen haben wo ich damit ja herumgefahren wäre der weiß aus ob es kopf drauf hat man aufnehmen und 30 minuten video nach nicht einmal einer minuten kaputt mehr hatte ist sehr frustrierend wir können nicht drücken wenn wir ihm freigeben haben und dann das ganze eben öffnen deswegen mache ich eben hier so ein kurzes informations bisher sich hier wo ich das er dann alle features mal so zeige um nicht die fahrt und so ist das jetzt größtes anhalt weil das könnte auch selber so kommen sie zum spannendsten spannend im sinne von schwierig denn es ist noch immer nur möglich hier so mit dem da und das klappt und zweite hier das und das zu öffnen alles kein problem geht aus uns klappen kein problem natürlich die sache auszutauschen wenn es den kurs eingestellt hast sie noch mehrere zur auswahl hört sie auch das wie es ja klingt so weil das selber sonderzug können wir einfach zu machen und dann könnten wir hier schuldig in der ansicht hier das darf das und das und das und das zu machen dann haben wir hier das zusammen dann noch eine sache na 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 so eine sache hier hat nämlich einen bügel mir zu macht und dann hier da vorne eben hier ein hängt also auch wieder lösen und können wir ausstehen und hier dann das ganze bedienen ist unmöglich so klein ist man scheint nicht den mann mal aufstehen hier dass der drücken auch hier sitzen dass man auch sieht bevor das dann drauf ist und so weiter und ja aber na gut wir haben dann hier unten die bremse drückt man kurma und dann ist festgestellt dann kann man es auch wieder lösen ganz ganz klar wir können hier dann einfach hier hingehen weil wir das runterziehen und dann können wir öffnen können hier auch das sonnenschutz auch unterziehen ganz schön wunderbar ja dass da oben kann ich auch umklappen was sonnenschutz auch natürlich dazu da dann haben wir natürlich verschiedene tasten hier also das heißt dann licht batterie batterie wir haben da alles mögliche signal freigabe tür 1 und 2 da ich glaube das ganze wird dann beim es selber sein hier hinten sind kommt man nämlich so nicht hin da muss man nicht aufstehen extra und ich immer sind hier die scheibenwischer das wenn es bis zum rechner anfangen der man stimmt um aufsteigen wenn man das einschalten kann man es kommt nicht hin hier hinten haben auch noch ein paar knöpfe wenn haben ich ja ganz normal wie beim e2 ist auch bei mir eins genau gleich und die stühle sind etwas anders wir haben hier eben auch überwachungskamera wunderbar hier das kann man überall beim ganzen zug einfach auf und zu machen und so weiter wie man es sagen hier hinten hat man mich die möglichkeit hier eben dann auch wunderbar alles möchte ganz ganz klar so wenn man nicht eine tür auf macht dann automatisch auf das heißt hier auch hier haben wir mich nur eine wird zum ein und aussteigen hier haben wir dann eben hier auch da natürlich solche sachen zum öffnen hier beim ganzen ticket automaten ganz ganz klar dann geht es hier da einfach so weiter und hier haben wir das ganze natürlich auch ich habe auch die möglichkeit eben hier mit ein paar tasten dann einfach hier auch was zu tun so also eben da verschiedenen sachen wir auch schön wenn man auch etwas hören würde aber wenn man auch etwas deutliches sehen würde aber es ist dort ein bisschen bis dann auch die grafik lang hat vom etwas älteren naja hier haben wir mal ein problem bei der anderen weiter meine älter aber naja ich habe eher weniger die probleme und hinten aber auch ganz schön hinten auch mit anzeige wenn man es von eingeschüttet scheint auch hinten welche von a bis b und b bis a wo es hingeht sozusagen da stellen wir mal wieder kurz ein hier haben wir eben auch hier soll dieses bremsteil das ist derzeit nur wie man sieht aus sie oder da beziehungsweise es funktioniert einfach noch nicht ja man auch seine klappe um hier auch dann wieder was tun können und ja wenn haben wir hier ganz normal sitze wie man es kennt auch in der e2 sind ähnliche halt dass ich halt nicht so angeordnet sind aber ähnliche aber die zwei zwei und einen das heißt hier habe ich noch etwas gemütlicher der ausführung gibt es auch ohne dem da hinten dann gibt es welche mit klappen auch da und welche die da eben nicht nur durchgehende fest haben sondern auch in der mitte geteilt sind und dann erst ein fenster dann können wir hier mal wieder kurz so zu machen und sie auch man kann man sich was man mal von vorne anschauen wenn man etwas eingeschüttet haben erscheint hier auch 1 e2 z zb oder 71 im je nachdem hier sieht man ja auch die nummer welche ich jetzt gewählt habe ganz normal und dann können uns das ganze hier mal ein bisschen von unten anschauen so schaut das ganze hier von unten aus also einfach 3d objekt und war es schon aber okay hier sehen wir auch wie es aufliegt und so weiter aber ich glaube sie ist nicht gerade sehr interessant was ihm zu sparen das ist im gegensatz zur namens hier dass da eben das heißt hier dieser balken da aber bei der e2 nicht das ist hier nur bei 1 wenn mich nicht alles deutsch beziehungsweise bei der e2 schaut etwas anders aus glaubt hinten aber so gerne stehen dann tun wir mal kurz mal hin und zwar da haben wir das ganze eben mit holz irgendwie oder auch einmal gut da haben wir es auch etwas ähnlich aber ich habe das gefühl trotzdem dass das dort hier irgendetwas anders aussieht so ja manchmal springen könnte ihn geben ja auch mal wirklich ein totaler hit dann hätte ich ja auch drüber springen können und müsst ihr nicht lang latschen aber na gut was wir mehr aber na gut wenn es hier braucht ein bisschen aber wenn wir ganz ganz gut ich kann empfehlen dann ganze den dlc für 14 95 preisleistung viel von geboten es gibt es hier noch ein paar probleme so beim performance her kann ich ganz ehrlich sagen vorher hat das geben wieder besser funktioniert bis er hat jetzt wenig leistung gezogen der zieht extrem viel leistung so vorhatte ich gleich 8 gb ram nutzung jetzt bin ich bei 15 18 das heißt mehr was doppelt oder sogar mehr als das doppelte also merken einfach dass mehr leistung benutzt genauso auch dann geht du hatte ich bis jetzt nie probleme jetzt habe ich da schon etwas probleme damit somit leistung zieht schon das update form es gab es auch an trams im update dass ich bezahlt dass ich jetzt hier um die e1 größten als handel sondern eben welche park fix ist und so weiter zieht hat einfach mehr leistung dass der park halt nicht kommt ok ich hoffe dass da halt dann irgendwann das ganze dann auch ein bisschen performanter ist oder form auch für nicht gerade high end gpus auch besser läuft aber wenn eine frage ist ganz geil trams sind kein noch immer aus dem herzen empfehlen genauso wie alle dlc weil ich habe ja auch der ulf dlc also ich komme selber aus wien somit möchte natürlich auch der wiener flyer in game auch gerne haben und mit der e1 ist auf jeden fall geboten also geht hierbei meine empfehlung ganz ganz raus wir haben damit auch schon sehr sich fürs zu sehen und freue mich dann auch schon wenn wir vielleicht wenn ich dann irgendwann zusammen krieg auch dann eine linie fahren können wenn auch gern bei twitch vorbeischauen da wäre ich denke ich dann als erstes mal machen gucken wie damit jetzt eine opa ist wie der performance ist uns weiter klarkommt aufnehmen und dann der schrott herumlegen lieber gleich streamer zieht mehr leistung kannst du am besten stream geht geht auch aufnehmen ja gut dann vielen dank und dann bleibt gesund und sage ich tschau